Damit herzlich willkommen Leute zu Mario Party 10 Ja Peach nice, Alter Peach, was geht bei dir ab und Waro kommt einfach so, ey ich beschütze dich mal, ich bin hier, ich will einmal Mario spielen Der höchste hat drei, ne, Todd und Waro Wario, ich wollte Wario schon sagen, aber nein Ich werde dir helfen Okay, ah jetzt bin ich wieder dran, ne, komm schon, das erste Ja, sehr schön Ein paar Sekunden später Einer hat nur noch einen Ministern, ah jetzt kommt das wieder, nice Komm, die Herzenanzahl werden halbiert, das wird so richtig geil Ja Geil Geil Komm schon, richtig geil, von jedem am besten Jetzt am besten mal die Minispiel richtig absahmen, hab ich's geschafft Was? Ich hab Waro nicht bekommen? Ey, das ist jetzt nicht dein Ernst Shit Shit Wario hat noch einen Shit, ey, wieso hab ich den jetzt nicht bekommen, Alter, ich hab gerade noch gebootet, dann war das Spiel vorbei Shit, der kann es schaffen, der kann es schaffen Tippe den, ein Schrakter, an mir den Superstern bemerkt, um dazu jubeln, muss ich jetzt irgendeinen draufdrücken und damit, ich nehme mal den Koopa, der sieht unauffällig aus, so Hallo? Okay Jetzt einfach, einfach nicht den Koopa nehmen, Waro, komm, sei dumm Was? Wieso? Ist nicht dein Ernst? Der hatte nur noch einen fucking Ministern, noch einen Er nimmt den Koopa, ooooh Schade Schade, 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 schade So, mal gucken Ja, das Telefon klingelt richtig geil Mit einer Aufnahme, so muss das sein Muss, Alter, das nimmt sofort jemand, ist gleich weg Jetzt, danke Den Hammer, Bruder Warum? Warum finden die immer direkt raus, wer das ist? Junge, ich hab das auf normal gestellt Dann habt ihr auch eigentlich alles vom Spiel gesehen, so jetzt Oh, fuck, war das schlecht Ja, das war's Wenn dir jetzt noch irgendwas am besten Ah, ich hab verloren Vielleicht weiß ich, ob man das hört, oder nicht Ja, was? Ach, ich sollte das nicht platzen lassen? Shit Shit Ich dachte, das wird jetzt am höchsten bewertet, was Ich am höchsten aufblasen Ich dachte, das wird nicht platzen, oder so Fuck Fuck Ich hab's jetzt zum platzen Ah, shit Eine noch und du hättest mich Ich hab's aber trotzdem geschafft Ach, jetzt fressen die das sogar noch Jetzt gönnen die sich erstmal richtig nicht Ey, das war ein richtiger Gap Wo ist mein Scheiß? Hier bist du Komm her Ey, ist nicht dein Ernst Den Unteren, den Unteren Das war's Ich wollte den unten links nicht in meinen Scheiß Denkst du, der ist nicht erkannt, ey Ey, wenn der ist nicht erkannt, wirst, ne? Hä? Wo ist denn der jetzt? Hallo? Hallo? Ich krieg' Jungs, das ist nicht mehr normal Ich oder Rosalina? Scheiße Warum hat die ein mehr? Wie viel hat die jetzt gehabt? Och, Junge Immer so knapp, ne? Die müsste zwei oder ein mehr haben als ich Das kann gar nicht sein Das will ich mir jetzt mal angucken, ey Ja, sag ich doch Zwei Stück Zwei Stück Zwei Stück Ey, das ist Zwei verfickten, ey Geh doch weg Da ist das Ziel Alter, hier ist wegen dieser dummen Kuh Bin ich hier fast nicht weitergekommen, ey Kämpft um die Hälfte Ja, das ist geil Das ist geil Ich bin zwar auf Platz 1 Ich werde es aber eh schaffen Wo, 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 woher kommen die? Okay, die sind What the fuck? Alles klar Geh doch weg, Alter Wird hier fast getroffen Wegen den Spasten hier, ey Tore, die Jungen stehen nicht im Weg Ist nicht dein Ernst Wegen diesen Spasten Jetzt wegen diesen Spasten Weil die im Weg waren Und ich auf die drauf spüren muss Und ich dann runtergefallen bin Wenn ich jetzt auf Oh, ich bin Platz 2 Wenn ich jetzt eine 6 rufle Fick dich Ah, das war doch nicht so geil Dass ich jetzt die Hälfte an den Mini-Sterne Wegbekommen hab Jetzt ist Bowser uns auch gar nicht so nah Wohl, auch wenn der jetzt uns trifft What the fuck, wie geklettert der eigentlich, ey Der macht hier einfach alles kaputt Das juckt den so einfach gar nicht Das sieht sogar, das sieht so lustig aus Guck mal Das ist sein scheiß Schloss Und er macht es einfach kaputt Das juckt den einfach gar nicht Ey, Yoshi, komm Mach jetzt Mach drei Nicht dein Ernst Nicht dein Ernst Wenn Yoshi jetzt noch ein Mini-Spiel Dein Ernst Dein Ernst Dein Ernst Wenn Yoshi jetzt verschiss Dann Nice Sehr Das war nice Das war wirklich nice Nein Dein Ernst Ey, nein Das war's GG an Bowser Das hätten wir aber nur geschafft Wenn wir jetzt Den Mini-Sterne raten hätten Ne Aber Na ja Gut Gut